Moin ihr Lieben und herzlich Willkommen bei einem weiteren Reisetag hier in meiner Filmrolle in Scam. Und wir gehen weiter die Burgruinen ab und schauen mal, was sich hier noch so finden lässt. Ich würde jetzt tatsächlich nicht die Gebäude machen, die ich schon geguckt habe. Also hier die Türme hoch oder so, da waren wir jetzt, das machen wir beim nächsten Mal, sondern wir gehen jetzt hier mal ein bisschen rum. Den hatten wir ja schon. Gucken wir uns das hier nochmal an. Ach hier, wir machen so ein paar Türme. Den Rest weiß ich gar nicht, ob das was bringt. So. Leider kann halt die Leiter nicht schneller hochrennen. Auch eine Nikolausmütze. Die kann man bestimmt gut verkaufen. Ach, redet hier, oh, ne, dafür, dafür verheible ich meinen Loom nicht. Ne, das sehe ich gar nicht ein. Hey. Schade. So. Dann mal wieder hoch die Leiter. Jetzt nimm mal endlich dein Messer. Mit dem Arsch mal oben hier, ey. Uh, hat auch nicht mehr auf Fressbrett gekriegt, wa? Oh, shit, ey. Da habe ich jetzt ja gar nicht mit gerechnet, dass hier oben ein Zombie auf uns wartet. Ne, bin die Leiter runter. Na ja, gut zu wissen, beim nächsten Mal ein bisschen vorsichtiger sein. Äh, ne, hier. Weiter klettern, ne. Bin jetzt schon verletzt. Sind wahrscheinlich alles Einserverletzungen, ne. Ja, die zwei hier und eine haben wir noch. Die könnte auch ein bisschen Alkohol vertragen, aber die hat nur eine Infektion von 0,1. Ist nicht so wild, ne. Nö. Gut. So, hier sind wir draußen. Ich stelle jetzt wirklich jeden Turm hier hoch. Ah, in das Gebäude will ich auch auf... Ach, ne, da waren wir ja schon, ne. Da waren wir schon, wollen wir da oben hoch. Da gibt es wahrscheinlich nichts, außer einer schönen Aussicht, ne. Ja. Ja, jetzt muss ich diesmal ein bisschen aufpassen hier. Hier ist ja noch ein Schwert. Cool. Haben wir sogar eins zum Verchecken. Wie geil ist das? Ah, das ist nur ein Mittelal... Nö. Ja, haben wir eins zum Verchecken. Ist doch cool. Bini. Finde ich okay. Verkauf ich doch gern. Ne. Ich hab gesagt, Leiter hoch. Oh, hier ist noch keiner. Wie sieht es gleich da oben aus? So sehe ich erstmal nichts. Ach Gott, die Dinger haben wir auch ständig, ne. Ja, das ist ja egal, welche von den beiden ich aufhab. Ja, das ist völlig Wumpe. Hier ist diesmal keiner zum Glück. So, nochmal eine Motorradjacke. Oh, hier gibt es wieder ordentlich Geld. Ja. Die Unterbuchse, die kannst du hier behalten, ne. Die möchte ich auch nicht. Wer weiß, wer da schon seinen Arsch drin hatte. Na ehrlich. Wenn der so ein Zombie mal Probe tragen gemacht hat, oder was? Wer weiß das schon. So. Okay, wir waren hier drin, wir waren da drin. Wir gehen mal hier durch den Mittelgang weiter. Also hier so. Hier ist noch ein Turm, da ist noch ein Turm. Ja, aber warum nicht, ne. Wenn es guten Blut gibt. Dann gucken wir doch gerne da rein. Auf jeden Fall. Keiner da. Wunderbar. Das haben wir hier. Weihnachtspullover noch so ein Schwert. Halter Schwede. Da können wir doch wieder richtig Geld absacken. Ja, kommen wir mal runter. In der Zeit kann ich mich hier kurz ausrüsten. Ja, die kommt noch nicht runter, ne. Das ist das Problem. So, bleib mal da stehen. Ja, finde ich gut. So. Ja. Warum nicht gleich so? Ja, pack den Bogen auf jeden Fall wieder weg. Ah. Oh, feil. Her zu mir. Nö. Sie ist jetzt aber nicht. Ah, guck mal hier. Eine Seherheitsbrille. Die gibt es doch auch so Geld, ne. Ich hoffe nicht, dass jetzt überall so ein Schwert ist. Obwohl. Wenn das gutes Geld bringt, ne. Dann ist das doch okay. Ach, die hat ihre Jacke ja auch noch verloren. Schade aber auch, du. Ich glaube, wir sind diesmal da rumgekommen, ne. Ja. Oh, das ist doch mal ein großes Gebiet hier, du. Das ist so. Da will ich gleich nochmal gucken. Aber erstmal nehmen wir noch den Turm hier mit. Und dann das Gebäude, was dahinter liegt, vielleicht auch noch. Und dann können wir auch mal tun, ne. Müssen wir hier jetzt keine Dings einhalten, ne. Nee. Erst Kisten durch so. Da ist schon wieder so ein Schwert. Mein Gott, das gibt es doch nicht, ey. Baumwoll-Shirt. Lass liegen. Yoga Leggings. Ja, die zieht es aber bitte nicht an. Und Pantoffeln. Na, wunderbar, wenn wir zu Hause ein bisschen Gemütlichkeit suchen. Dann ziehen wir uns die Pantoffeln an und setzen uns vor das Lagerfeuer. In der Yoga Leggings. So, hier ist, glaube ich, einer, ne. Ne, doch nicht. Sah erst kurz so aus hier. Oh. Arbeitsschuhe. Die sind immer cool. Und die haben 98 Prozent, ey. Die lassen sich sehr gut verkaufen, ganz bestimmt. Aber nur bei diesen Motorradstiefeln, passt da, glaube ich, die zwei Slots für ein Messer. Nein. Oh, Glück gehabt. So, was habe ich gesagt? Da bin ich rein oder wo? Ja. Ach so, das ist auch nur so ein Burgturm, ne. Das ist ja nichts anderes hier. Naja. Mehr scheint es ja auch nicht zu geben als diese Ruinen, sage ich mal. Und sieht auch alles gleich aus, ne. Noch so ein Schwert, lasse ich jetzt sogar tatsächlich liegen. Oder auch nicht. Ne, du sollst du nicht anziehen. Ist doch schon warm genug. Hat er irgendwas dafür ausgezogen? Hm. Hm. Ja, die Trainingsjacke, ne. Die kannst du wieder anziehen. Und tauschen mit dem Wollpulli. Ja. Oh, hier. Schrotmulli habe ich schon gesehen. Die nehmen wir mit. Ist doch klar. Wanderschuhe. Wanderschuhe. Nein. 93%. Die lassen sehr gut verkaufen. Sind wir gleich schon wieder pickepacke voll, mal. Hm. Hm. Ja, komm, wir gehen jetzt mal durch den einen Mittelgang da. Gut, so nach so vielen Kisten aussah. Jetzt nicht immer so ein Burgfrieden hier. So, genau. Dann gehen wir hier durch. Hätte ich wahrscheinlich auch einfacher und anders erreichen können. Aber egal. So, ich möchte hier in das mittlere Gebäude rein. Genau. Oder war das eher hier unten mit den ganzen Kisten. Das ist auf jeden Fall mal ein riesiges Gelände hier, ne. Schöne, große Bäume hat es hier auch, ne. So, hier die Kisten noch mal ein bisschen durchwühlen. Ich weiß nicht, ob ich noch mal so eine Burgruine jetzt... Ach, gucke mal einer an. Das brauchte ich damit noch. Hm. Da war auch noch irgendwas. Da war ja gestern so gar nichts zu holen. Das sieht auch jetzt nicht so aus, als wenn es da oben irgendwelchen Loot gäbe. Ich gehe lieber nochmal da unten entlang. So, hier so. Mal hier ist doch noch mal zu holen. Irgendwann kommt da noch ein Zombie. Da kommt er schon. Ne. Mann, immer hat er die Waffen auf einem anderen Ding, ey. Das nervt. Ich muss das doch mal gucken, dass man das da irgendwie so festlegt, dass das immer auf dem gleichen Slot ist. Das ist doof. Irgendwer sagt, das geht. Da muss ich mal eben gucken, wie. Also, du sollst immer, du sollst immer auf der 2 sein, in Schnellzugriff übernehmen. Nein. Nein, 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 nein. Das brauche ich nicht. Ja, muss ich mal gucken, ob das irgendwie geht. Das ist nervig. Nein. Ich nehme dieses hässliche Ding wieder weg. Wo ist das? Die Jeans, äh. Sieht bloß wieder aus, ey. Äh. Wer weiß, was das für Krankheiten mit sich bringt. Was ist das denn hier? Oh, Dünne Leidonschnur, das hört sich doch gut an. Ja, hier ist eh nur Schrott. Vermutlich. Hm. Hier will ich ja nicht hochklettern, habe ich gesagt. Ach, ich glaube, dann haben wir das. Oh, 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 oh. Oh, gut, dass ich hier geguckt habe, außer eine Spitzhacke. Die muss ich aber nochmal mitnehmen, weil ich glaube, ich habe keine. Ich weiß zwar nicht, ob man irgendwas damit machen kann. Irgendwie Erz oder so Abbauung, glaube ich nicht. Weiß ich auch nicht. Ah, ich dachte, ich finde hier mehr als einen Rucksack. Das hat leider nicht geklappt. Aber macht ja auch nichts, ne? Nee, nee, gibt Schlimmeres. Sehr geil hier. Also, loottechnisch war das schon cool. Wir haben noch einen weiteren Rucksack. Was aufnehmen? Was? Was war hier mit aufnehmen? Was nimmt er denn da auf? Ich dachte mal, wüsste. Keine Ahnung. Keinen Plan, was er da aufgenommen hat. Jetzt nochmal raus hier. Das war es dann wohl auch schon, ne? Ja, wir gehen hier nochmal den Burgdurm hoch. Einen machen wir noch. Den können wir doch schon mal gemeinsam zum Gefängnis runterfahren. Klingt doch gut. Ey, hier ist immer dasselbe, ne? Nein, Mann. Danke, meine Güte, ey. Aber bei Klamotten ist das immer blöd mit dem Doppelklick, ne? Da muss man sich denn nämlich faktisch schon wieder abgewöhnen. Ein dritter Helm. Gute Sache. Geile Sache. Warte, den Weg aufsetzen. Ja, da müssen wir mal auf P gucken hier. Fotomodus. Drehst du dich mal? Kamera bewegen, den Kehr bewegen. Kamera drehen. Da. Das sieht für Club aus. Wir machen das unten. Das ist besser. Das will ich unten machen, ne? Ja, guck mal hier. Das ist doch cool so, ne? Äh. 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 Sichtfeld, Schärfentiefe. Effekte. Äh. Ne. Was haben wir denn für Rahmen? Ach so, das war das, ne? Ja. Crunch. Nein. 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 Kein Logo. Hilfältnis bleibt. Körper in die Kamera sehen. Ja. Gut. Gesten keine. Da muss ich wahrscheinlich nur dann andere Ding kaufen, ne? Machen wir mal Foto. Cool. Äh. 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 Was machst du? So, lass mal rüber zum Auto. Und dann fahren wir rüber zum Gefängnis. Oh. Oh. Ach du Arzt. Ich hab hier Dings verloren. Die Spitzhacke, ne? Ja. Ist egal jetzt. Ah. Das ist dann jetzt doof. Da hab ich nicht aufgepasst. Na dann passt aber wenigstens auf das Gerät auf. So ein Reparaturkasten ist dann doch einiges wert. Ja. Ne. Das nehmen wir natürlich wieder mit, ne? Oh. Hier haben wir ein paar davon gekriegt. So. Ich hoffe, dass das hier der Ort ist, wo ich, äh, zum Jeep komme. Ja. Möglicherweise sieht das gut aus. Ich nur möglicherweise, das sieht gut aus. Gut, 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 gut. Äh, warte, ne. Das sollst du mitnehmen. Das ist doch. So. Ja, ich musste bis hierhin schon mal die vierte Kiste in Anspruch nehmen. Die zweite hat's nicht mehr getan. Äh, die dritte. So. Jetzt muss ich mal gucken, die kommen hier rein, hab ich gesagt. Ne? Genauso wie das. Solange ich diese Sachen nicht verliere, ist alles cool, ne? So. 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 Das kann noch in Kiste, äh. Gut, dann kommst du in Kiste vier. Genau wie das. 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 Kilt. ja hier den wollte ich nie haben weg damit wer weiß hier wieso habe ich denn diesen scheiß pilz ja eingesammelt man ich weiß den weg die schönen pantoffeln drei schwerter sehr geil die alle einmal am schleifstein bearbeiten dann kann man die auch gut verkaufen die check ins die yoga leggings 22 kaliber hier ist noch ein schwertchen so dann hier noch mal alles erst mal weg jetzt wollte ich aber ach so hier ja dann schmeißt die erst mal so rein hier jetzt wollte ich mal gucken getränke um ja direkt mal zwei trinken hier drei da müssen wir ordentlich trinken jetzt ist ziemlich am boden ja dann ist der erste schon fast weg und dann nehmen wir noch das wasser hier dann können wir dann nämlich auch noch mal weg packen die leere flasche dann ist mir mal hier so ein fisch eine mango den apfel die banane das soll ja wo erst mal erreichen dann gibt kohlenhydrate ein bisschen eiweiß durch den fisch ist doch wunderbar ja und dann müssen wir mal wieder was jagen damit wir leckeres fleisch können dann müssen wir dann schnell an arbeiten aber das hat natürlich es ist technisch mehr gebracht absolut ich will mal so rezepte kochen hier so was hier handwerk da gab es ja auch kochsachen hier mit zutaten für eintopf ihr songe back kannst du kochende geburtstagsporte popcorn reis gekochtes gemüse jetzt hier da würste oder spagetti bolognese suppe nudeln suppe wird braucht man denn dafür ach hier blauen karkopf kochtopf habe ich ja gefunden der ist irgendwo im auto pflanzenöl haben wir das habe fleisch fünf stück das heißt noch mal fünf fett haben wir und das hier ist optional aber bis auf pfeffer haben wir das echt wir hätten das tatsächlich als limetten brause dafür nehmen wie geil ist das denn oder sowas hier einen schönen schluck alk tequila dann nimm doch mal diesen karkopf damit war echt jetzt wenn er sagt ich kann mir damit eine suppe kochen müsste ich mal gucken so ja dann fahren wir nochmal 100 zum was die jetzt denn jetzt nacht oder es hat nur scheiße wetter ich weiß dass jemand nicht so das gefängnis müsste da oder da sein wartet wir gucken einfach mal gefängnis ist dann hier ja dann fahren wir jetzt hier die straße entlang und da hoch ok es war doch da wo ich gestern gesagt habe falsch abgebogen das heißt hier südost und dann links zu nordost das macht wieso da hat machen wir so 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 südost genau dann muss ich gleich mal eben gucken wo es hier weiter ginge ich müsste eigentlich hier an dieser abzweigung gleich und dann müsste ich da lang ja richtig so genau hier auf vorm falzen jetzt kommen wir aber ins wintergebiet wo ihn nicht ziemlich warm ist wo er wahrscheinlich eher ein bisschen frieren könnte könnte ich mir vorstellen ob es wirklich so ist werden wir dann merken wir fahren jetzt erst mal hier die ganze strecke schön hoch aber jetzt wird so langsam zum schnee hier der regen ach ja hart hat hier hart hat auch schön hier noch aufricht die karre hat eine schöne autoheizung so muss ich nachher mal gucken aber erst mal nur diesen weg vor mir das sollte ein gewitter sein oder eigentlich ist ja niemand hier der auf mich schießen könnte so jetzt muss ich hier gucken so ich muss jetzt hoch nach norden ja an der hohe sehen wir gleich ob es richtig war aber eigentlich ja eigentlich ja aber das sieht irgendwie komisch aus hier das passt schon jetzt wurde hier eine ziemlich scharfe kurve seien ja ich würde sagen entweder langsam nach so hier ist mit lenken nicht so gut bei diesen scharfen kurven nein 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 ach man da gut dass ich da nicht voll von bleibt bin hier ist echt schwer zu lenken ne meine fresse wie weit das hier hoch geht ne wahnsinn ups 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 das soll die karre nicht wieder absaufen und jetzt weiter weiter in worden da weiter und würde jetzt einfach mal behaupten geht hier richtig gut durch das leidet hier ganz cool in den kurven naja schnee keine schnee ketten kann man schon mal gleiten aber so weit oben hier passt ne so aber wir sind auf dem richtigen weg ne ja dahin muss ich irgendwann links ab so aber ja ist doch cool dass wir hier gemeinsam durchfahren oder das machen wir auch noch zusammen zu ende hier weil die strecke kenne ich auch so nicht und wir fahren im hintergebiet also was völlig neues hier für unser let's play und das gefängnis habe ich tatsächlich auch noch nicht gesehen da muss ich sogar sagen das ist eine ganz neue location für mich das tatsächlich mal fakt auch ich muss gucken noch bin ich dran vorbei aber hier jetzt jeden moment müssen wir links ab hier klappt das mit der orientierung ganz cool noch eigentlich ja das war schon der knast ach du hast du nicht acht abruf sollen wir den machen hier ist auf jeden fall der knast und der hat natürlich max wie soll es anders sein hallo wollte der grad schießen oder was aber der läuft genau hier so da wollen wir schauen kurz wo ist denn der lok da muss ich ja wieder zurückfahren nee dann lassen wir heute sein wir nehmen aber beim nächsten mal wieder mit wenn es wieder heißt ein weiterer reisetag in meiner filmrolle ins kam und wenn euch der heutige reisetag gefallen hat dann lasst mir doch daumen nach oben da wenn euch interessiert wie die reise auf meinem kanal weitergeht abonniert ihn euch lasst mir gerne auch eure kommentare da würde ich mich sehr darüber freuen ich bedanke mich fürs zuschauen wünsche euch einen schönen abend bis dahin ciao 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 Untertitelung des ZDF, 2020